Hallo und recht herzlich willkommen zu endlich einem neuen Part F1 2019 in der Co-Obsaison mit dem Mike. Grüß euch. Ja, wir haben noch vier Rennen und das hier ist das vierte Letzte. Wir sind in Mexiko zusammen im selben Team natürlich immer noch in diese Saison. Mexiko City Racing Point sind wir, oder? Und wir öffnen euch. Leute, es ist so lange her, endlich wieder. Das ist wirklich so gut. Und wir sind ein bisschen unter Zeitstress, weil wir mit Micha uns auch gleich noch verabredet haben für Football Manager. Na Micha, schaut bei ihm vorbei, krasser Typ. Leute, ich sehe heute richtig komisch aus, wie immer. Ja, genau, wollte ich euch gerade sagen. Ich habe heute meine India-Kopfhörer, die habe ich nicht, die sind kaputt. Du musst so viel warten, warum? Deswegen, weil ich fahre. Ich muss auch warten. Ich bin doch Erster. Nein, du bist doch nicht Erster. Nein, also insgesamt bin ich Dritter und du bist... Ich weiß gar nicht, wo ich mich auf dem legen muss. Wo gibt man den Gas? Ah, ja, ich habe auf jeden Fall so ein geiles Heads hier drauf. Das sieht richtig geil aus. Ich habe nicht meine Merch an, Leute, aber ihr könnt ihn euch kaufen. Welch getastet ist das? Ah, okay. Ah, ich habe gar nicht getankt. Scheiße. Getankt? Ich habe den Zapfhahn nicht reingehalten, oder? Mach es einfach, wie es der Zapfhahn klickt, macht, dann passt. Ja, genau. Vorderkraftbremsverteilung. Ja, stimmt. Ey, du bist so gut. Boah, ja, ich bin so gut. Übrigens, Leute, Jan-Latz-Ich-Test-Gefahren, ich nicht. Ja, zwei, drei. Also, auf Mecco bin ich... Mecco. Mecco, genau, Mecco. Ist generell unser Auto sogar gar nicht so schlecht, sollte man meinen. Ja, Mecco ist aber generell eigentlich scheiße. Genau. Oh, ich bin generell scheiße. Ja, genau. Und es hat die längste Gerade, der ganze... Oh, oh. Und, und, jetzt kommt es noch was. Das habe ich auch vergessen. Ach ja, genau, ich wollte eigentlich sagen, dass ich in der Gesamtwerderung auf Platz 3 bin. Und ich glaube, Platz 1 ist 10 Punkte oder so nur vor mir. Mach mal da ein bisschen, fahr mal schneller. Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr die Tastenbelegung, Alter. Ich weiß es noch, weil ich halt klug bin. Aber fahren kann ich nicht. Stimmt. Ich habe das auch ultra dumm alles. Ich habe meine Lenker so scheiße aufgebaut. Die Pedale rutschen ultra weg. Das habe ich so schlecht gemacht. Das ist doch immer so. Ihr seht, wir sind gut drauf. Ja, das muss so sein. Endlich wieder F1, da muss man wieder gut drauf sein. Und F1 ist ja eh ein lustiges Projekt. Also bei mir ist es halt Competition, bei Mike ist es einfach nur lustig. Hast du eine Schwierigkeit runtergestellt? Von 10 auf 3. Ja, genau. Weil wir wollen ja nicht verraten, welche Schwierigkeit wir ganz haben. Das war eh das Geilste damals. Von den früheren Zeiten. Leute, ihr könnt euch ja schon mal auf den Best-of einstellen. Ja, wir sind ja hier fast am Ende schon. Das ist ja so krass. Aber ein bisschen schneller, ich bin schon auf deinem Diffusor. Ja, ich kann nicht fahren. Was erwartest du von mir? Nein, nein, nein. Nein. Er hat nur Reifen verloren. Oh, der hat wirklich ein Reifen verloren. Oh mein Gott. Mike wollte sowieso in die Box fahren, äh, in die Wand fahren. Ja, aber noch nicht jetzt. Deswegen nicht ganz so schlimm. Ja, vom zeitlichen Leute wollten wir das echt machen. Das war ja direkt beenden. Wir haben heute wirklich Time Struggle, deswegen müssen wir das schnell beenden. Zack, zack. Ich habe mich daran geheilt und ich habe es schnell beendet. Ich habe es auch schnell beendet. Junge, so instant über der Linie, zack, in die Hand. Ich habe mal gesehen in lila Zeit und dann ist es in die Wand. Ey, weil wir müssen heute schnell machen. Asset, schon zum siebten Mal. Ich, was, ich kam nicht zu spät. Ich habe mir hier, ich mache kein Product Placement, aber ich habe mir hier das gerade abgeholt. Es ist kein Product Placement, aber es ist mein neues Handy. Endlich, ja. Was, schon wieder ein neues Handy? Und jetzt habe ich so von der Zeit so... Was hast du für ein neues Handy? Ich darf doch hier keine Werbung machen. Ich sage dir das nachher. Du hast wahrscheinlich, glaube ich, in der Kamera gesehen. Nein, oder? Nein. Nein. Okay, Platz 1 und Platz 20. Platz 20. Du Heugel. Nein, Leute, ich würde gerne mehr als eine Runde fahren. Ich würde gerne... Was ist denn hier für Ambitionen? Ich würde halt gerne mich hier in diesem Rennen einfahren, sagen wir es so. Nein, Mann, ich will gewinnen, aber das schaffe ich ja sowieso nicht mehr. Hast du Punkte? Nein. Nein. Also, wenn ich weiterkomme, dann irgendwann Wand. Irgendwann ist Wand, das ist ganz klar. Ich bin schon groß gefahren. Ja, ja, was muss das für Betriebe ansehen oder was? Ja, geil. Nein. Bist du raus? Alter, Fettl ist hier hinten. Beim nächsten Boxenstopp werden meine Flügel erst runtergestellt. Wie kann ich das ändern? Weiß ich nicht. Ah, wir hätten auch hier... Oh! Wir hätten auch hier so, weißt du, machen können. Sodass er auf Geraden so schneller ist, weißt du? Flügel hoch. Flügel hoch, oder was muss ich sagen? Ist so, ja, Flügel werden ganz hoch gestellt. Flügel runter? Ne, Leute, also nehmt mir das bitte nicht übel. Nehmt mir das bitte nicht übel. Viele erwarten vielleicht, dass ich jetzt die... Geht nicht an die Box. Gar nicht. Viele erwarten vielleicht, dass ich die letzten vier Rennen jetzt absolut reinhustle, wie letzte Saison. Ich war ja gefühlt jedes Rennen erster und hab dann nochmal einen richtigen Spurt hingelegt, einen Endspurt. Bitte erwartet das nicht jetzt wieder, weil ich bin allgemein dieses F1 noch nicht so gut und jetzt auch nicht so eingefahren. Seit wann haben wir das nicht mehr gespielt? Seit locker zwei Monaten, oder? Ja, ja. Seit locker zwei Monaten und nicht mal Tess gefahren jetzt, weil wir Zeitstruck... Also, echt scheiße. Verstappen ist, glaube ich, ganz weit vorne noch. Verstappen. Verstappen, sorry. Stimmt. Stimmelt. Alles falsch gemacht hat, ja auch in der Footballmanager-Folge heute, die rausgekommen ist. Echt? Zakaria und so und Duseldorf. Alles falsch gemacht. Da warst du mal uncool, echt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welches ich mir bestellt habe, aber eins von den beiden habe ich mir wieder bestellt. Was? So, Mix-Shirts. Wollte ich mir auch mal unbedingt eins bestellen. Ich weiß nicht, ob ich F1 oder Footballmanager... Ich glaube, ich habe... Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe F1. Footballmanager? Ich weiß es nicht. Oh Gott, diese Ampel. Okay, drück mir die Daumen, ich drück dir sie. Viel Glück. Ich habe gar nicht auf meine Drehzahl geachtet. Und deswegen werde ich direkt von Ricardo... Äh, weißt du, was ich gerade merke? Ich habe gehackt. Ist das nicht normal bei dir? Ich bin einfach auf Platz 17 gestartet. Warum das denn? Weil ich in der Einführungsrunde die überholt habe. Was? Nein, ich glaube, ich bin von Anfang an auf Platz 17 gewesen. Ist egal, ich bin jetzt eh Platz 20. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die vorher rausgeflogen oder waren einfach noch schlechter als ich. Oder an der Strafe oder so? Strafe, das kann sein. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe die auf jeden Fall in der Einführungsrunde überholt. Und... Ja, wahrscheinlich muss ich das mal bekommen haben. Was ist das denn? Ich dachte, den küss ich. Ich dachte, den küss ich. Ich habe ihn nur seitlich gerammt. Aber... Alter, ich dachte, mein Rennen ist vorbei. Ja, so habe ich eigentlich ganz gut aufgeholt. Aber wie sagt er, guter Start. Wir sind ganz gut mit dabei. Gute Start, sagt er dir. Gute Start. Nein! Dein guter Start. Gute Start. Mein Reifen ist ab. Du hältst dich an dem Plan. Wo stehst du denn? Oh, da steht noch einer. Das gibt es nicht. Nein, warum zieht der denn innen rein? Hallo? Weil mein Auto so schwer war. Ich bin halt ins Schlittern gekommen. Schlitter, Schlitter, Schlitter. Schlitter, Schlitter. Geh weg. Links, rechts, links, rechts. Dann bin ich auf die Bremse getreten. Das war wahrscheinlich das Schlimmste, was ich hätte machen können. Alter, hier hat sich jemand weggebuckt. Was ist das für ein Spiel? Und dann bin ich genau seitlich auf der Strecke zum Stehen gekommen. Also genau 90 Grad zur Fahrtrichtung. Und dann ist Riccardo halt voll in meinen Vorderreifen reingefahren. Nice. Und Riccardo ist auch tot und ich bin auch tot. Also an sich fahre ich das dann eh nicht zu Ende. Aber ich mache jetzt nicht den Move, dass ich in die Wand fahre. Ich bin nicht in die Wand gerollt. Und ich wollte es auch nicht. Ich wollte mich vor der Wand retten. Nicht? Und das war wahrscheinlich falsch. Wolltest du es nicht? Wenn ich in die Wand gerollt hätte, wäre er nur ein Flügelschaden. Alter, die backten sich die ganze Zeit hin und her bei mir. Da wäre nur ein Flügelschaden gewesen. Dann wäre ich jetzt nicht raus. Aber so ist der Zeitplan so gut eingehalten worden. Von dir? Ja, bin ich schon echt impressed. Ja, schaut bitte bei mir vorbei. Weil ich werde jetzt auch gleich gegen Johan fahren. Das war richtig kacke für die WM. Ich meine, danach gibt es nur drei Rennen und ich habe es jetzt. Also rausfliegen war scheiße. Kann ich dich überholen jetzt eigentlich? Das weiß ich nicht. Also ich meine hier im Rennen. Oh, ich kam fast im Flügel. Du bist ja schon an mir vorbei. Ja, ja. Egal, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaut bei Marc vorbei und wir sehen uns. Nein. Hau rein. Schaut doch. Wir sehen uns beim nächsten Rennen. Ciao. Hilfe. Ich will wenigstens zwei Folgen, weil ich will nicht direkt jetzt schon ETS bringen. Ich will eigentlich auch zwei Folgen. Ich habe ETS irgendwie für Ende Dezember geplant. Alter Fettler hat sich gerade hinter mich gebackt. Der war einfach vor mir, hat gerade zum Überholmanöver von Kyat angesetzt. Und dann war ich plötzlich Elfter und er war hinter mir. Ach gut. Ja, der schummelt schon wieder. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Die backen sich die ganze Zeit hin und her. Bug, bug, bug. Alter, da sind so viele Autos. Ich habe die nicht Bug-Ding angemacht eigentlich. Eigentlich. Hast du irgendwie so Bug-Server gestartet oder so? Ja, genau. In F1 war alles Bug. Ist alles ein Bug, ja. Also, ich will jetzt nicht von einem Erfolg reden, aber ich bin noch nicht draußen. Mensch, wenn die Sachen funktionieren, dann ist es eigentlich ein Bug, weil eigentlich sollen sie gar nicht funktionieren. Das ist ja geil. Der war auch nicht schlecht. Boah, ich mache hier gerade wieder Fotos, Alter. Ja, ich habe auch ein Foto, wo du dich wegrammt hast, selber. Eigentlich ist es aber nicht, es ist nicht so geil eigentlich, weil es ist schon obvious. Die Leute wissen, dass wir absichtlich... Leck mich! Alter, ich bin ungefähr 10 km gefahren und der Reifen geht weg. Und es war es beim nächsten Mal, wenn ich sowas habe... Nein, wir sind auf Platz 1, das ist doch kacke. Ich schwöre dir auf alles, beim nächsten Mal, wenn ich so eine Situation habe, fahre ich einfach geradeaus in die Wand. Weil, wenn du geradeaus in die Wand fährst, dann hast du einen roten Frontflügel. Aber kein Reifen weg. Wenn du schräg in die Wand fährst, weil ich um die Kurve noch rumkommen wollte, dann ist dein Reifen weg. USA, gut, dass ich Test gefahren bin, auf jeden Fall. Mexiko, USA. Das war schon gut. Ja, okay, dann... USA wird noch hässlicher. Warte, wir müssen erst mal gucken, wie... Achso, nee, war bei der Eure-Regale. Nee, wir gucken schon nochmal drauf, jetzt hast du es gedrinkst. Ja, jetzt habe ich gesagt. Ich bin ja auch interessiert hier, also interessant bin ich... Bist du interessiert, oder? Also, ich glaube, ich erreiche gar nichts mehr. Ich bin so schlecht. Wir sind so mit dem Zeitplan, wir können alles für die Rennen machen. Wir fliegen eh nochmal raus irgendwann. Ja, ja, ja. Ich bin so scheiße. Ich glaube, so eine schlechte Saison habe ich noch nie gefahren. Also Verstappen ist jetzt richtig weit weg. So eine schlechte Saison habe ich noch nie gefahren. Wir haben noch drei Rennen nur noch. Das wird so kacke. Naja, egal. Guckt euch die Tabelle an. Denkt euch was dabei. Das wird für mich nichts mehr. Ich bin gespannt auf die nächste Saison, wenn wir dann wieder los rein starten. Wird dann eine kleine Pause natürlich zwischendrin geben. Aber da werden wir ja vielleicht dann gegeneinander fahren. Dann muss das besser werden. Also guck dir das mal bitte an. Nee, nee, dann kannst du genauso fahren. Ja. Macht's gut. Haut rein. Morgen kommt nicht ETS. Bis dahin. Tschüss. Ciao.